Ja? Tag, Frau Hansen. Firma Röhrig, Gas, Wasser, Scheiße. Ach, die Handwerker. Kommen Sie auch schon? Na nun, der Chef gar nicht da. Na ja, kommen Sie rein. Ziehen Sie sich aber die Schuhe aus. Hier legt das. Ich hab schon einmal gebetet, aber das hört ja nicht auf. Sie haben gehört, was der Chef gesagt hat, junger Mann. Das soll hier alles wieder blitzblank werden. Und ich sag Ihnen das, ich werd das kontrollieren. Mit den Handwerken ist es ja immer dasselbe. Passen Sie ja auf den Teppich auf. Hab extra Plastiktüten hingelegt. Und wenn Sie rauchen wollen, da steht der Aschenbecher. Aber passen Sie auf die Gardinen auf. Die hab ich gerade frisch gewaschen. Und passen Sie mit der Zange auf. Die Heizkörper sind frisch gestrichen. Was ist denn mit dem Waschbecken? Das sollte doch heute gemacht werden. Ja, Herr Röhrig ist unterwegs und er bringt eins mit. Ja, Herr Röhrig ist unterwegs. Stoppe nicht. Hier sind die anderen Sachen, Eckart. Ah, gut, dass du kommst, Renne. Du musst hier mal eben gegenhalten. Ah, mein Teppich! Schuhe aus! Schuhe aus! Schuhe aus! Schuhe aus!